so ihr lieben dann mal wieder hallo zusammen der lampe hier so ich konnte jetzt fast eine ganze woche nicht fliegen weil wirklich schlimmes regenwetter war heute scheint mal wieder ja die sonne ein bisschen deswegen habe ich mich raus getraut ich hoffe ihr versteht mich einigermaßen denn es scheint zwar die sonne aber es ist wirklich sau windig aber ich krieg das auf jeden fall hin und ja jetzt mal hier nur rundherum gucken also schaut sich an bis gleich im video ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020